Der Jonas und die Michelle. Jetzt noch nicht super perfekt. Die Drehungen doppelt haben wir gerade erst gemacht. Aber es sieht natürlich für den Wertungsrichter auf jeden Fall schon mal besser aus, wenn eine schöne, schnelle Drehung da ist. Die wird eben halt noch ein bisschen geübt. Okay, dann haben wir gesagt, es ist natürlich auch wichtig, dass die Anfangspose entsprechend stimmt, dass man genügend Körperspannung gerade am Anfang hat, dass das Paar sich entsprechend auch da schon vorstellt. Bis in den kleinen Finger, bis in den kleinen Zeh. Und das machen wir eben Isabel und Lukas. Auch hier, die ersten Kicks sollten natürlich richtig mit Power getanzt werden. Also so ein Fünf-Punkte-Grundschritt wäre an der Stelle angebracht, dass man auch wirklich direkt so diesen ersten Eindruck, guten ersten Eindruck hinterlässt. Okay, dann machen die beiden jetzt noch eine Schlusspose. Die sollte natürlich auch entsprechend gut aussehen. Genau, da haben wir auch gerade ein bisschen was dran geändert. Aber es ist halt schön, wenn der Herr seine Dame noch mal präsentiert und die beiden vorher sich als Paar gezeigt haben. Und dann zum Schluss schön von der Körperspannung her, also Oberkörper aufrecht, Blick ist nach vorne. Oder eben halt man präsentiert.